Guter Ball 1660 München Horst Held mit dieser wunderschönen Körperdrehung Dann ist er da Daniel Borimirov Sein Gegenspieler Martin Hieden hat dann nicht richtig aufgepasst Und das wurde im Training gestern fast bis zum Erbrechen geübt Immer wieder über die Außen, immer wieder die Flanken auf die beiden Spitzen So und jetzt kann es natürlich sein, dass die Löwen sich hier in einen Rausch spielen. Wollen wir es mal hoffen?